Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Tag 15, Challenge 15. Mal gucken. Mal gucken, was es heute wird. Die hier würde ich sagen. So, zoomen wir ran. Okay. Heute ist es... Bärchen. Märchen. Okay, ich bin gespannt. Okay, so. Zur heutigen Foto-Challenge Märchen habe ich heute als Hilfe dabei, liebe Jana. Denn ich wollte es nicht wie bei der letzten Challenge, das alleine wieder umsetzen, dann hätte ich viel zu viel Zeit gebraucht. Heute probieren wir zwei Sachen. Einmal Prinzessin auf Erbse, deswegen haben wir hier eine Erbsliegen und probieren jetzt... Wir haben jetzt kein Bett hier und keine ganz viele Matratzen, aber ich habe versucht, das irgendwie anders, moderner darzustellen. Einmal Prinzessin auf Erbse und einmal haben wir noch Brot dabei für Hänsel und Grete. Aber das seht ihr gleich. Also viel Spaß mit dem Video. Genau, genau. Genau, genau, Brot. Genau. Genau. Die App sind wir hier. Auge auf, die Augen wieder zu, und was hast du zu dem Foto? Das ist nicht so überzeugt. Lieber so oder lieber so? Das Unscharfe? Ja. Hat schon was, oder? Ja. Okay, das heißt, wir nehmen die jetzt wieder mit und machen jetzt das mit Hände und Peter. Das heißt, dafür zu essen, wir preparen das. Das ist schon irgendwie witzig. Hättest du gedacht, dass du mit mir mal irgendwann so Brot verteilst? Und das ist ein Foto? Nein, du sollst da eigentlich jetzt so stehen und das langsam dann so. Man sieht in der einen Hand so das Brot, genau so, genau so. Aber das ist so im Schritt, du musst so im Schritt sein. Aber das sieht so aus, als würdest du gegen den Busch laufen. Du musst dich jetzt eher anders hinstellen. Also entweder in die Richtung oder in die weg gehen. Entweder die. Okay. Okay. Let's go. So. Deine Hand nach hinten. Mit dem Boot. Genau. Nenne ich das nicht beide. Nicht beide. Das ist eigentlich. Genau. Also Seite weiter. Ja, das fühlt sich dann auch schon so zu fotografieren. Ja. Ich glaube das war's. Danke dir. Guten Appetit. Daumen hoch nochmal. Und mein abschließendes Foto, was ich final ausgewählt habe für diesen Tag, ist folgendes. Daumen hoch wollte alles Lampe. Daumen hoch самое 스타 получится. Ja. Ja im Kush. Daumen hochAlrightrad, einsch nicht viel als imaginar. Daumen hoch und zwei aber Maybeiz telefone. Ja du kommst gerne mal drin hoch. Wir lassen saw dir auch mal garcode. STARTeto unten Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal statt. Hollade住. Untertitel, Was weroda Hence Untertitelung des ZDF für funk, 2017